Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 12.11.2024 und unser DAX, der ist ja weiter vorangeschritten nach seinem unsicheren Stand vom Freitag hat er uns zum Montag nun einen mutigen Schritt in die nächste Richtung. Er hat jetzt zwar hier deutlich zurückgewackelt, wenn wir uns aber die Analyse vom Vortag nochmal anhören, beziehungsweise nochmal vor Augen rufen, was wir für Sennarien aufgestellt haben, dann haben sich die Positiven im Start eigentlich nicht unterschieden. Wir haben gesagt, die positiven Sennarien im Aufwärtsgap hochdrücken, 400, schon früh erreichen, schon zum CETA-Start erreichen, dann entweder nach unten dort wegdrehen für die Dreiecksbildung oder oben drüber zur 65 ran, von dort ein bisschen abstoßen, um am Dienstag den Ausbruch zu probieren. So war es gesagt und das haben wir gesehen, heißt in der Konsequenz, hier sollten wir jetzt für den Dienstag den Ausbruch mit einplanen. Im Umkehrschutz können wir daher, auch hier, wir sind ja im Rücklauf nun schon wieder aufgedreht, außer ein bisschen tiefer gedacht, sogar gekommen als gedacht, aber ist die mir wichtig, eigentlich ist die mir ja nicht wichtig, das Tief, aber ich brauche kein zweites, das reicht. Das würde durchaus reichen, also ihr könnt zum Dienstag frontal in eine neue Aufwärtsbewegung starten, wir haben dann hier einen Strang, hier einen Strang und er könnte durchaus schon mal über eine 600 gehen. Hätte wahrscheinlich zum Dienstag, man sagt immer so, die dritte Aufwärtswelle darf nicht so die größte sein, die erste ist größer als die, dann wäre die noch ein bisschen mickriger, würde vielleicht zum Dienstag sogar erstmal nur auf 6,30 kommen. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir zum Montag noch nicht eine 7,30 vorstellen kann, sondern dann, wenn erst am Dienstag, wenn er sich am Montag hier abgezappelt hat, aber wenn ich das jetzt dann so sehe, würde ich ihn vielleicht eher Richtung 6,30 sehen. 200 Punkte oben drauf, ich denke, das ist vertretbar. Ja, das haben wir hier jetzt in der Spitze gehabt, knapp 300 und nochmal was zurück. Ja, aber trotzdem, ich würde ihn so Richtung 6,30 sehen, klar, er hat das Potenzial bis 700, aber ich würde ihn wirklich dann eher erstmal Richtung 600, 6,30 sehen, hier an die alten Hochs ranlegen, dann vielleicht dabei belassen im positiven Szenario, im Hochzu ist er immer ein bisschen ruhiger als runterzu, ja, dass er sich so zwischen die 6,30 und 6,80 schlägt. Hier ist die 6,50, hier ist die, was ist das hier oben, die 6,75. Ja, dass er sich so um die alten Hochs rum, so leicht unterhalb der alten Hochs hier einpendelt, um dann im Mittwoch vielleicht nochmal eine Flanke zu probieren. Das wäre für mich das Positivste, ja, wir drehen direkt auf, legen uns oben weiter raus, er dürfte ein bisschen schwächer rein starten, auch 3,50 nochmal abschlechen, aber ich brauche das nicht, ja, er darf auch direkt oben rein, sollten wir aber trotzdem hier einen Tief setzen und er kriegt das zügig ausgekontert, tut das dem jetzt erstmal noch nichts abbrechen. Abbrechen würde dem das tun, wenn er zu tief zurückkommt und ich sage mal auch so eine, ja, wie, das ist schwierig jetzt anzutraden dann, ja, aber, wo könnte man sich einstoppen lassen, also, im Kern geht es mir darum, dass man hier in das Gap reinfallen kann, wenn er aber in das Gap reinfällt, fällt er zu tief, weil er dann wieder ein Wellenchen drin hat, dann bricht er die ganze Aufwärtsbewegung ab und wenn er ins Gap reingeht, in die 2,40, dann geht er bestimmt auch tiefer, dann wird er an der 2,40 eine kleine Erholung machen, wahrscheinlich würde er dann 11 Uhr, 12 Uhr hier in dem Bereich landen oder genau 11.30 Uhr wahrscheinlich, wenn unsere Lisa dann short will, würde er dann auf einer 2,40 landen, von dort erstmal in eine Mittagserholung gehen, wir würden unsere Lisa deswegen dann sperren, würden uns die Mittagserholung erstmal angucken und dann würde er in den Nachmittag rein, nochmal versuchen nach unten zu attackieren und dann auch Stress reinbringen zu können und schon mal unter eine 150 fallen, das wäre das negative Szenario, ja, der drückt sich hier wirklich durch, das wird sich im Start schwierig unterscheiden lassen von einem, von einem bloß Abstauben der 3,50, aber vielleicht legen wir einfach auf 3,50, 3,60 die Kante, dass man sagt, drunter wird es negativ, drunter ist das negative Szenario intakt mit Chance auf 2,40 am Vormittag und zum Nachmittag sogar unter 1,50 im negativen Szenario und für das Positive handelt direkt aus dem Start raus, also wenn ihr den schon früh gleich 8, 9 Uhr über eine 4,50 hüpfen seht, spricht das dann eher schon für das positive Szenario, dass er dann probiert oben an der 5,60 mal rauszukommen, das Potenzial hat er, haben wir ihm ja gestern zugesprochen, das kann er machen und dann rein die 6,30, 6,50, 6,70, das reicht vollkommen zum Dienstag und Mittwoch dann Attacke auf 700 und mehr, ja, so in die Richtung wird es glaube ich abgrenzen und würde deswegen hier auch das Video jetzt schon zumachen, ja, also ich wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss!